Es gibt hier einen Anknopf und wenn man den drückt, passiert nichts. Hallo, so cool, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es in Runde 2 meines Teppichknüpf-Tafting-Abenteuers. Tatsächlich habe ich heute vor, einen Teppich herzustellen. Ich habe diesen Rahmen schon im letzten Video gebaut. Da verlinke ich dir gerne mal das Video in der Ecke. Und ja, heute wird er auf Herz und Nieren getestet. Ich hoffe natürlich, dass das alles Sinn ergibt, was ich mir da ausgedacht habe. Ich werde jetzt mal anfangen und das Gewebe auf meiner Arm aufspannen, ein Motiv draufmalen und dann schaffe ich es hoffentlich mit der Taft in Gang einen Teppich herzustellen. Ich habe ein bisschen Respekt davor, das ist ja schon ein ganz schönes Trummen. Aber ja, ich hoffe einfach, das klappt so wie in meinen Vorstellungen. Kommentare sind sehr, sehr gerne gesehen, also fragt ruhig und gebt Feedback. Ich freue mich da echt super, super arg. Und ja, abonnieren und liken, sowieso cool ist das größte Geschenk, das ihr mir machen könnt. Also, dann würde ich sagen, starten wir durch. So, ich habe hier schon mein Gewebe zugeschnitten. Das kommt jetzt erstmal auf den Rahmen. Da gibt es ja dafür diesen Carpet Gripper, der das quasi hält, sodass man das richtig gut spannen kann. Hoffen wir es. Ich habe das Gewebe erstmal ziemlich lose aufgespannt, dass es erstmal grob an Ort und Stelle ist. Und anschließend habe ich es dann nochmal ringsum nachgespannt, bis es dann eben richtig straff auf dem Rahmen saß. Was auf jeden Fall sehr gut ist, ist, dass auf dem Gewebe, oder auf meinem zumindest, schon Linien drauf sind. Das heißt, man sieht ganz gut, ob das Gewebe gerade aufgespannt ist, weil, wenn ich den Teppich abnehme und das war vorher irgendwie schräg aufgespannt, ich weiß nicht, ob der sich verformt, aber ja, auf jeden Fall ist es, glaube ich, gut, wenn man sich da ein bisschen daran orientiert und versucht, das möglichst gerade aufzuspannen. So, also das hat schon mal erstaunlich, oder ich würde nicht sagen erstaunlich gut, aber gut funktioniert. Also ich habe es jetzt relativ straff aufgespannt. Ich glaube, ob das noch straffer sein muss, das merke ich spätestens, wenn ich lostafte. Denke aber, ja, dass es ganz gut ist und bis jetzt der Rahmen leistet auch guten Widerstand, was er jetzt soll. Ja, das Motiv, das habe ich mithilfe von einem Projektor übertragen. Das heißt, Raum leicht abdunkeln, dann einfach die richtige Größe einstellen, also von eurem Teppich an sich, und dann mit einem Edding einfach das Motiv auf euer Gewebe übertragen. So, ich habe jetzt das Gewebe aufgespannt und mein Motiv aufgemalt. Bin sehr zufrieden. Die Größe, ja, habe ich jetzt einfach mal, ehrlich gesagt, einfach nach Gefühl eingestellt. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann wird, wenn das auch nicht so haptisch ist. Und, ja, es ist schon ein nicht kleines Motiv. Ich bin ja tatsächlich eher die kleinen Punch-Niederrahmen gewöhnt, die so um die 20 cm groß sind. Das ist natürlich schon eine andere Dimension. Jetzt kommt hoffentlich nicht der Endgegner, sondern eine Maschine, die mir positiv gestimmt ist. Äh, es schaut ziemlich krass aus. Tatsächlich trage ich das mal ein bisschen näher. Ja, wiegt schon ordentlich was. Also, wenn man hier jetzt 5 Stunden Teppich taftet, dann wird man da sicherlich die Ärmchen ein bisschen merken. Ähm, es gibt hier einen Anknopf. Und, ähm, wenn man den drückt, passiert nichts. Schön. Und dann gibt es hier noch quasi das Gas. Achtung. Ja. Nicht gerade das Meeresrauschen, aber ich bin mal gespannt, wie krass einem das auf den Geist geht. Also, gerade in heilenden Räumen, äh, wie einer, in dem ich mich befinde. Es ist tatsächlich nicht gerade leise. Ich habe auch meine Kopfhörer dabei. Also, ich glaube, da ist man ganz gut beraten, wenn man da sich ein bisschen schützt auf Dauer. Und genau. Ja, nochmal ganz kurz zur Funktionsweise. Ihr seht hier oben, ne? Ähm, so eine kleine Öse. Hier kommt die Wolle durch und zwar doppelt. Und dann vorne hier durch dieses kleine Löchlein durch, sodass es unten rauskommt. Ähm, man taftet dann quasi auf dem Gewebe. Und der eigentliche Teppich, der entsteht auf der Rückseite. Also, wir gucken quasi jetzt hier die ganze Zeit auf die Unterseite des Teppichs. Das, was man später nicht sieht. Und vorne kommt es dann fluffig raus. Wir haben außerdem zwei Möglichkeiten, den Teppich zu tuften. Und zwar ist es einmal Loop-Pile. Das heißt, auf der, ähm, Teppichseite, also dem Flausch, der nach oben liegt, entstehen lauter Schlaufen. Das heißt, sie schießt sie ein und, ähm, auf der Rückseite entsteht eine Schlaufe. Bei der zweiten Variante, ähm, da kann ich hier eine Schere einspannen. Und dann schneidet sie diese Schlaufe auf der anderen Seite automatisch durch. Ähm, das werde ich tatsächlich machen. Ich möchte keine Schlaufen haben. Ich möchte quasi, ja, offene Fäden auf der anderen Seite haben. Und, ja, deswegen die Schere für mich. Einmal wollte ich euch noch das Funktionsprinzip zeigen. Ihr seht, hier kommt der Faden raus aus dem kleinen Loch. Oben in der Öse läuft auch. Und, ähm, dann ist es tatsächlich so. Die Nadel zieht sich zurück. Und da kommt die Schere raus. Die schneidet jetzt nicht, weil es nicht auf Spannung ist. Ne, aber man kann das ganz gut sehen. Genau, was man auf jeden Fall auch beachten sollte, dass hier unten nie angelangt wird. Ja, also die einzigen beiden Griffe, die ihr habt, ähm, das sind auch die, die ihr halten solltet. Also hier ist dann, bewegt sich das und das ist, zieht wahrscheinlich auch alles Mögliche mit rein, Haare und so weiter. Also immer vorsichtig sein mit der Maschine. Die hat auf jeden Fall ordentlich Power. Und, genau. Jetzt werde ich diese hier mal mit Wolle bestücken. Bis zum nächsten Mal. So, ich hab's jetzt eingespannt. Die Fäden sind jetzt ein bisschen zu lose, aber normalerweise kommen die oben von meinen Ösen. Ähm, ja, und jetzt geht's los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, also es ist tatsächlich so, die Maschine kann nur nach oben. Also, ihr könnt jetzt nicht einstechen und es nach unten ziehen. Die hat quasi einen Lauf, dass sie immer nach oben will. Ähm, ich starte jetzt mal mit einer Linie. Dem einfachsten aller Dinge. Okay, ich bin hardcore erschrocken. Auf der anderen Seite ist Flausch entstanden. Mir hat's jetzt aber meinen einen Faden rausgezogen. Ich glaube tatsächlich, bin ich schnell genug nach oben. Ähm, die will nach oben, aber durch die, das Gewicht ist es tatsächlich so, dass die natürlich sehr schwer ist und jetzt nicht wie eine Feder hier nach oben fliegt. Ich tüttel den Faden hier nochmal rein und, ja, versuch's erneut. Zwischendrin immer ausschalten, wichtig. So, Runde Nummer zwei. Ich setz mal relativ nah daneben an. Okay, beide Fäden sind noch drin. Ich merke, dass hier die Schlaufen ein bisschen zu weit raus stehen. Schätzungsweise kommt es daher, dass ich nicht genug drücke. Aber, I try again. Ja, das war's. Cool. Okay, meine dritte Linie ist eindeutig die schönste. Ähm, man muss, man muss sich tatsächlich erstmal ein bisschen an die Lautstärke gewöhnen. Beim ersten Mal bin ich ziemlich erschrocken. Ähm, ich zeige euch jetzt mal von nahem, wie es ausschaut. Leider kann man es mit dem Gegenlicht zugegebenermaßen nicht so gut erkennen. Aber hier sieht man es, glaube ich. Da habe ich nicht genug gedrückt, ne. Da ist die Wulst so richtig groß und auf der anderen Seite, äh, sind nur ganz kurze Fädchen. Das hier war jetzt meine letzte, die ist am gleichmäßigsten. Ähm, man muss tatsächlich einfach, ja, in einer gewissen Weise irgendwie relativ gleichmäßig und zügig voran. Und dann, ja, ja, und dann wage ich mich jetzt mal an meinem Teppich. So, ich lege jetzt los mit meinem eigentlichen Teppich. Ähm, die Schwierigkeiten am Anfang, habe ich jedenfalls gelesen und ist auch logisch eigentlich, sind die Rundungen. Weil die Maschine halt schnell ist und man muss irgendwie schnell zielen. Ähm, ich fange jetzt einfach noch mal ein paar Linien in der Mitte an, weil, da kann ich dann noch ein bisschen üben und werde hoffentlich noch ein bisschen sicherer. Ähm, genau. Normalerweise macht man erst die Outline und füllt dann in geraden Linien einfach von oben nach unten, also falsch von unten nach oben, ähm, die Fläche aus. Und dann, ja, und dann, ja. Und dann, ja, und dann, ja. So, wie man es sehen kann, habe ich mich jetzt schon ganz gut vorgearbeitet. Diese Anfangsstücken, die könnt ihr einfach rausziehen. Das ist einfach das, was am Anfang unten bei der Nadel rauskommt. Ähm, die Biegung, die wird jetzt eine Herausforderung. Muss ich sagen, hier habe ich jetzt den Trick schon ganz gut raus bei den Linien, aber die hat schon ordentlich Power und Geschwindigkeit. Also, guck mal mal. Na ja, gut. Gut, geht aber immer nicht. Hat es schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, ich mache das Ganze peu à peu. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, als wenn man hier gleich in einen Rutsch durchgeht. Kann ich hier jetzt eigentlich gleich nochmal üben. Also, wir brauchen das Ganze. So, ich... So, ich... So... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wusste ich damals bloß blöderweise noch nicht. Also bevor ihr ihn abnehmt, schaut das Video zu Ende und geht dann am besten weiter zum dritten und letzten Teil. Da zeige ich euch dann nochmal genau, wie der Teppich hinten fertiggestellt wird. So, meine Taftinger und ich, wir sind fertig für heute. Und was rausgekommen ist, ich muss sagen, für meinen ersten Teppich bin ich wirklich zufrieden, obwohl das hier jetzt noch nicht das Ende ist. Es gibt jetzt zwei Teile, einmal Rahmen bauen und einmal diesen Teil hier, wie man taftet. Aber jetzt, ja, will er natürlich erstens auch von hinten schön ausschauen. Und, ja, wir werden den auch so noch ein bisschen verschönern und in Topfform bringen. Und dafür gibt es auch noch einen Teil 3. Genau. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was dir beim ersten Mal taften vielleicht helfen könnte. Und, ja, ich versuche meine Tipps mal zusammenzufassen. Ja, ich habe auf jeden Fall nach dem Aufzeichnen erstmal ganz ehrlich irgendwo angefangen. Ich habe mir einfach eine Fläche rausgepickt. Normalerweise ist das Vorgehen so, dass man erstmal die Outline tuftet und dann diese ganze Fläche eben füllt. Gerade am Anfang, wenn man so Wellenlinien, Kreise, Rundungen, was auch immer, irgendwelche Freiformen hat, dann rate ich euch, fangt lieber erstmal mit geraden Linien an. Man kriegt dann, finde ich, ein Handling dafür und dann kann man sich immer noch an die kniffligeren Teile wagen. Also ich habe einfach in der Mitte angefangen von der Fläche und erstmal ein bisschen Linien geübt. Und das war, glaube ich, auch gut. Rundungen habe ich tatsächlich immer so ein bisschen in kleinen Abschnitten getaftet, weil das in einem Rutsch zu machen, ich finde, die Maschine ist da oder für meine Verhältnisse einfach noch zu schnell. Und deswegen habe ich immer so kleine Stücke und zwischendrin immer gestoppt. Dann ist es mir auf jeden Fall leichter gefallen. An sich habe ich aber auch so erstmal in der Mitte angefangen, um einfach ein bisschen Übung zu kriegen und habe die Outline einfach am Schluss gemacht. Was wirklich auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man die Toughning Gun wirklich sehr stark auf das Gewebe drückt. Also letztendlich merkt man, wenn man es nicht tut, dass sich eben auf der Seite, auf der man steht, relativ große Schlaufen bilden und vorne nur so ein kleines, winziges Pupsi rauskommt und der Teppich dann quasi ein total niedriges Flur hat oder niedrigen Flur. Weiß ich jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall ordentlich drücken, das ist ganz wichtig. Und das geht auf jeden Fall einfacher, wenn man das Motiv relativ niedrig aufgezeichnet hat. Also ich habe gemerkt, wenn ich wirklich so auf Kopfhöhe oder irgendwo weiter oben getaftet habe, dann hat das wirklich nicht gut funktioniert. Deswegen, da muss man auf jeden Fall drauf achten oder notfalls auf einen kleinen Hocker oder so steigen. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, das habe ich auch gemerkt, dass man zu oft über eine Stelle drüber geht. Also gerade wenn man es da so ein bisschen vermasselt, weil dann kann es sein, dass das Baumwollgewebe, was wir ganz am Anfang aufgespannt haben, reißt. Einfach weil das zu sehr beansprucht ist. Also da muss man dann wirklich irgendwie den richtigen Punkt finden. Es sollte ich da jetzt noch irgendwie fünfmal drüber gehen. Am Schluss kann man so wahrscheinlich, wenn es wirklich kleine Stellen sind, die fehlen, das einfach per Hand noch irgendwie nachfädeln. So würde ich es zumindest machen, bevor wirklich man am Schluss ein Loch im Teppich hat. Zwischendrin hat meine Maschine dann mal nicht mehr richtig geschnitten und hat irgendwie gepiepst. Und dann dachte ich mir erst, was ist los? Ja, es lag tatsächlich daran, dass ich die mal schmieren musste. Da gibt es so ein einfaches Nähmaschinenöl oder so, könnt ihr da nehmen. Und danach ist sie auch wieder gelaufen wie eine Eins. Also das muss man, glaube ich, tatsächlich relativ häufig machen. Beziehungsweise tut das der Maschine halt einfach gut. Die ist ja trotzdem mechanisch sehr beansprucht. Deswegen immer mal wieder ein bisschen Öl und das läuft. Wenn du gerade erst auf dieses Video gestoßen bist, dann guck gerne mal in das Video davor. Da zeige ich dir auch nochmal, wie der Rahmen funktioniert. Tatsächlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Rahmen. Der hat mir gute Dienste geleistet und hat auch top gehalten. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass der vielleicht zu kippelig ist. Aber das war tatsächlich gar nicht so. Und deswegen kann ich das Video guten Gewissens drin lassen. Ja, so viel von meinem Teppich und mir für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bei Teil 3. Dann ist das Baby hoffentlich fertig und ja, noch gepimpt, so gut es geht. Der Teil, da freue ich mich wirklich auch sehr drauf, muss ich sagen. Weil ich glaube, da kann man wirklich nochmal ein bisschen was rausreißen, dass die Oberfläche einfach gleichmäßiger wird. Und ja, am Schluss ein richtiger Teppich draus wird. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und freue mich auch sehr, wenn du wieder dabei bist. Lass gerne deinen Kommentar da. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Folgen wir gerne auf Instagram. Da gibt es auch immer mal wieder ein paar coole Sachen zu sehen. Ich bin da auch immer gerne offen für deine Vorschläge, von was du dir Videos wünschst und was du gerne sehen möchtest. Und genau, ich freue mich sehr, wenn du abonnierst, likst. Und ja, ich danke dir von Herzen. Bis ganz bald hoffentlich und hab einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.